Sehr vielen Dank schön dafür, dass ihr von der Woche unseren YouTube-Kanal eingeschaltet habt. Uns wird euch sehr gefallen, wenn ihr uns sehr gut seid, in der Unternehmung den Subscriber würde anklicken. Vielleicht schreibt ihr euch mal unsere WhatsApp-Nummer ab. Schreibt uns mal ein paar Bilder, Videos. Vielleicht könnt ihr uns auch mal in die Folge, schreibt ihr uns ein Zeugnis. Wir beten euch, dass alle unsere Videos euch sehen, für euch zu sehen. Ich dachte mir so, vielleicht wird euch mal interessant sein, wo Menschen in den Großstädten Chor vorgehen, mit den Autos. Das sind große Wege. Das hat sehr Druck. Er hat im Film ein bisschen böse Gestalt ab Städten. Bloß da hat ein bisschen interessanter Wort für euch. Da könnt ihr nicht bloß in den Stripen einzeichnen. Aber das sind große Städte in der ganzen Welt, wo Menschen leben. Stellt euch mal fair, eine Stadt ganz voll Menschen und voll Gassen und voll Chor. Autos. Zum Beispiel, Japan, der größte Stadt Tokio, hat 38 Millionen Menschen. Nun, das ist nicht unbedingt Tokio hier, aber auch wie sind hier bloß Großstädte. Bloß Gassen, wo Menschen vielleicht zur Gassen gehören. Vielleicht bist du so, wo du eins, wo wohnen bist. Und du hast, du wohnst vielleicht wieder auf von der größten Stadt. Du wohnst vielleicht in einem Darp, in einem Knie. Nun stellt euch mal fair, meine Frühen, ich habe seine Gassen, das muss ich auch einmal ramhieren. Dort habt ihr hier genug große LKW vor. Dort sind seine größte Trucks. Die haben auch vielleicht seine Gassen verlangt. Und viele von anderen Männern nicht auch. Das ist mit einem Such. Mal am Bettzüde, grüte Gäser. Stellt euch mal fair, wie fände ich, ob ihr hier alles erstellt wurde. Kiege mal, wie fände ich hier die eigene Ram vor. Die führt einer in die andere halte Städte, die andere laat ihn daunnen. Und die andere jacht, das ist dort echt. Das sind Gassen. Man macht die eine Gassen nur die andere vor. Das ist dort, magst du dir der Weg sehen. Vielleicht können wir uns die Töte sehen. Der Konzept, wo wir handen vor. In verschiedene Länder. Dann hier will wir vielleicht seine Weg verlangen. Und das geht so einfach mit Unja. Du magst weiten, wo die Hand vor ist. Du magst ganz jene weiten, wo die Rüte vor ist. Du magst die Adresse finden. Mit Unja ist das Dieste in der Nacht. Und dann vor wie von einer Städte nach der anderen. Sinn verreicht haben wir. Das geht so erscheinen. Aber mit Unja denke ich mir so. Gott, ich möchte doch irgendwo vielleicht mal in einem Berg wohnen mit Piedenbogger am Jahr. Kiege mal diese Gassen hier. Da langsam wird die Gassen taub kommen daunnen. Weil die eine Gassen auf der anderen abfahrt ist. Du magst die Rehle weiter. Du magst die ganze Nähe weiter. Du magst die ganze Nähe weiter. Du magst hier sein. Wo sich gestalt. Weil du mit einer Ampel kommen. Mit einem Licht. Und dann hält die Städte vor sie wieder. Du magst die Gassen jeden Einddäch. Die ganze Zeit. Das ist das, was wir auch an das christliche Leben leben. Wir mag da abhassen, was wir daunen. Wenn du in Schildstädte magst du noch hörst. In unsere Schilder, Breiternsäste, dort ist die Bibel. Wir mag in einem Schildkirche, nur die Bibel lesen. Und dann wird die Bibel anzeigen, links oder rechts. Oder die Bibel wird sagen, hier geh nicht wieder. Wägen an. Oder die wird sagen, nehmt mal den anderen Gassen. Dieser Gassen, der kommt dann allgleich fertig. Du wirst nicht nennen. Dann wirst du da sattet bleiben. Weil viele von uns plottischen Menschen. Weil viele haben nicht nur die Schilder gehorcht. Weil viele haben nicht nur die Bibel gehorcht. Nur Gott sind Wut. Dann sind sie im Trübeln hier vorne. Die Bibel sagt auch, wie wollen sie das Leben nicht schreien. Aber wie weit ihr, dass wir einen grüten Gott mit uns haben. Dass Jesus Christus ans Heiland. Hei wird ans Läde. Gleich ist es, wenn du flängst seine Gassen aus, dass du vor dir bist. Du möchtest reich vor. Ich kann auch nicht ganz unten. Du sitzt vor dem Körer am Sonnenbassraum. Der Bass wird zwei sein, wenn du möchtest. Ich muss dich da fahren, mit den eigenen Ländern vor. Oder du nicht reichst. So möchtest wir als Christen. Wenn wir sagen, dass du einen Trübel hast. Dann dürfen wir ihn stillhalten. Dann dürfen wir ihm helfen. So dass du einen Trübel hast. Der Bass ist, dass du einen Trübel hast. Der Bass ist, dass wir helfen. So dass du auch rauskommst von ihren Trübel. Wir wollen ein Leben für Jesus leben. Wenn du diese Bilder hier sitzt. Wenn Menschen seine Gassen geboten haben. Und wenn du die Reile gemerkt haben. Wenn du dich all die Raum gehst. Das geht grünlich sehr schön ab seiner Weg vor. Ich sage ihn. Solange es dort nicht stöhnen bleibt. Wenn das ist stöhne, wenn du nicht wieder vorgast. Wenn du ein Auslück passiert hast. Das geht sehr schlecht. Aber solange es dort ist dort vorgast. Das geht sehr schön. Das ist viel komplizierter als das ist. Das ist gar nicht so kompliziert. Früher mal eins einen LKW fahren. Hier in Kanada, USA oder Deutschland. Oder in der ganzen Welt. Wo die Menschen mit großen Kommunen fahren. Da wollen die auch sagen. Das ist gar nicht so kompliziert. Wenn du die Reile weißt. Und so ist das auch in unserem christlichen Leben. Wenn wir unsere Bibel haben. Und wenn wir uns so eine Rechte haben. Dann wollen wir keine großen Trübel haben. Und wenn du Trübel sind. Dann können wir immer nach Jesus gehen. Dann wollen wir uns immer helfen. Wenn du mal ein Rechte Trübel hast. Korte Trübel hast. Hänge wäre es. Auf Sinne wäre es das. Dann wirst du auf die Scholle nab. Und dann wächst du bei einer die Halbe kämpft. Kieke mal hier. In Weich legt eben Wouter ever. Je legt ever. Je büte jou oder die Korte. Die sagen, dass die Molotow Wouter ist. Weil die sagen in das Fleisch. Aber die sperren du nichts von. Die vertraue der Breg. Dass die Breg nicht wird hüpfvoll. Dass die Breg entwört ever. Dass Wouter nur die andere kant bringen. Dass du auch Gott seine Wouter vertraue. Dass du weißt, dass du wirst von hier bei der Tat kommen. Dass du wirst in den Himmel ankommen. Wenn diese Mannschaft, diese Eid mit Gott seine Genode. Also in die Städterne Trübel hier verlängt fahren. Dann wirst du uns doch mal Jesus anvertraue. Dass er uns auch Wort im Himmel anbringt. Ich freue mich, dass ich mit diesem Job gehen kann. Dass wir uns mit so einer Bilder, mit so einer Videos aus Städterne mitmachen. Uns in Gründen vor dem Himmel te deinen. Und die Frau, ob er uns will leden. Dass wir recht noch in die Ziel kommen. Dass wir da hinkommen wollen, wo wir alle hinfahren. Kieke mal diese Gasse. Die kommen sich dort taub. Dann gehen die dort bogen über die Breg ever. Es steht ein Schmuckgebüt. Das Heiken wird die Buse gestaltet. Und dann hier sitzt. Und an der rechten kant. Die hat der Verkehr ein bisschen langsamer. Und an der anderen kant. Das alles Wouter. Kriegt sie eben eine Breg ever. Wir haben in viele Autos, haben die von der ganzen Tag GPS nicht gebeten. Die haben das auf diese Navi. Da darfst du die Adresse nicht tippen. Und dann vorst du. Und die Adresse bringt die dann auf die Städte, wo du hast nicht getippt. So, ich hoffe, dass diese Videos, diese Schmuckgegasse und diese Hüchwee jüngt einsehen, was das ist. Dankeschön für diesen Video-Tietje. Dankeschön, dass ihr die Worte mitteilen mit anderen. So, wir wünschen dir und deine Familie noch einen schönen Tag mit Jesus. Bis zum nächsten Mal.